Moinsinn, ich komme heute mal um die Ecke mit einem etwas anderen Video, denn die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen ist des öfteren mal die Frage aufgetaucht, wie ich meine Spiele von einem Bildschirm auf drei mache, ohne die Triple Screen Support Einstellung von Spielen zu nehmen oder in dem Falle Nvidia Surround oder AMD Affinity. Bei mir ist es nun so, ich benutze ACT, Dirt Rally, ETS, die gängigen Spiele, die ich in meinem Rig fahre, alle mit einem Programm und dieses Programm nennt sich Simple Runtime Window Editor und ich möchte dir heute für alle drei Spiele ein kleines Tutorial geben oder dir zeigen, wie ich das damit mache, denn bei einigen Spielen, wie zum Beispiel ETS, ist es ein bisschen schwieriger. Aber wir gehen erstmal die simplen Titel durch und starten erstmal ganz kurz Assetto Corsa Competizione. Wir haben jetzt hier mal ACC gestartet. Wie ihr hier auf der Schultercam sehen könnt, sind sie aus. Ich mache das nochmal ein Groß für dich. Du siehst jetzt hier die rechten Bildschirme und der linke Bildschirm, die sind aus und der mittlere ist an. Also, wie können wir das jetzt machen, dass wir auf alle drei Bildschirme kommen? Super simpel. Bei ACC ist das relativ einfach. Wir gehen in die Option, wir gehen unter Video, wir machen hier den Fullscreen aus und dann stellen wir unsere Auflösung ein. Je nachdem, was du hast, ob du FullHD hast oder ob du 4K hast oder 1440p, wie in meinem Fall, kannst du das hier einfach anmachen. Und dann machst du bei Triplescreen einfach den Support an. Und dann bist du auch eigentlich schon fertig mit allem, was ACC zu bieten hat, denn jetzt kannst du einfach Simple Runtime Window Editor aufmachen. Das ist dieses wunderschöne Programm hier. Und dann kannst du hier oben auf Select Running Application gehen. Dort findest du dann ACC2-WIN64-Shipping.exe oder auch Window Title AC2. Das klickst du dann an. Was ich jetzt persönlich immer mache, ist Recent Profile. Das ist bei mir ACC 1440p. Das benutze ich überall. ETS habe ich nur, warum auch immer, da mal drin gehabt, weil ich da was ausprobiert habe. Aber ich nehme einfach ACC, löse das aus und dann siehst du hier, ist alles Triplescreen. Also wir haben das jetzt, das Fenster, auf den Triplescreen gepackt. Jetzt wirst du dich fragen, wie sieht denn dieses Profile aus? Ziemlich simpel. Wenn wir jetzt hier mal reingehen, das ist einfach nur eine XML-Datei. Ich öffne sie mal, dass du sie dir angucken kannst. Dafür nehmen wir Notepad. Nö, ich möchte nicht updaten. Und dann findest du hier drinnen diese Einstellung. Und mehr ist das nicht. Da sind die Positionen vom Fenster angegeben für 1440p. Diese entsprechen nicht, und ich wiederhole extra nochmal, nicht Full HD und auch nicht 4K. Ich verlinke dir unten in der Videobeschreibung das wunderschöne Video zu Dan Suzuki. Denn Dan Suzuki hat sich die Mühe gemacht und unten drinnen die Profile, also diese Dateien hier, zu verlinken, dass du sie nur Copy und Pasten brauchst. Für 1440p gebe ich dir meine Einstellung. Die schreibe ich dir dann auch unten mit rein. Ansonsten kannst du bei Dan Suzuki schauen, unten in der Videobeschreibung. Ich werde dir das Video verlinken. Und dort kannst du dir dann diese Einstellung hier besorgen. Im Grunde genommen, was dieses Profil jetzt macht, um dir das kurz zu erklären. Wir schließen das kurz. Das Profil gibt dir oben bei Window Position and Size, gibt er dir einfach an, wo der X, also wo X startet und Y, wie breit das Fenster ist und wie hoch das Fenster ist. Da du in allen Applikationen, also sowohl ETS, als auch Dirt Rally, als auch ACC immer dieselbe Auflösung hast, kannst du dieses Profil in allen Spielen benutzen. Das heißt also, wenn du diese Einstellung jetzt hier für ACC nutzt, kannst du sie auch für ETS benutzen. Du könntest sie auch für Dirt Rally benutzen. Du kannst sie sogar in Rennsport benutzen. Nur in Rennsport verzieht sich das Bild etwas komisch, dass man sehr nah dran sitzt. Aber in der Theorie, solange ein Spiel den Fenstermodus unterstützt und also Fullscreen-Window-Modus unterstützt, kannst du dieses Fenster strecken, wenn Triple-Screen-Support drin ist. Schauen wir uns das Ganze mal in Dirt Rally an. Wenn wir jetzt also hier mal Dirt Rally starten, das ist jetzt hier ein bisschen verzogen, dann bei mir ist das Dirt Rally jetzt auf dem mittleren Bildschirm, als auch hier schon auf den äußeren zu sehen. Dann kannst du auch hier in die Option gehen bei Dirt Rally. Dann gehst du in Grafik und sagst einfach Fenster. Und den Rest kannst du theoretisch so für deine Auflösung dann übernehmen. Dann öffnest du wieder Simple Runtime Window Editor. Dort findest du Dirt Rally 2 Excel. Das klickst du an. Dann hast du hier wieder genau dieselben Einstellungen, die auch in dem XML-Profil drin sind. Dann kannst du sagen, du möchtest das Recent Profile oder du lädst dein Profil. Je nachdem kannst du machen. Und dann siehst du hier unten auf dem Bildschirm, hat sich oben die Leiste ist weg. Wir klicken jetzt mal ins Fenster. Und jetzt hast du Dirt auf dem Triple Screen. Dirt Rally unterstützt Triple Screen nicht wirklich sehr schön. Das ist dasselbe Problem wie bei Rennsport. Du bist dann nachher ein bisschen rangerückt und die im Auto Perspektive ist nicht so schön. Ich fahre deswegen bei Dirt Rally immer Motorhaube. Aber du hast zumindest mal ein Triple Screen und kannst ihn dafür nutzen. Jetzt kommen wir mal zu einem etwas, ja sag ich mal, schwierigeren Problem, Spiel, wo es ein bisschen tricky ist, das zum Laufen zu kriegen und zwar ETS 2. Also im Grunde genommen machen wir dieses Video eigentlich auch nur für ETS 2, weil dort gibt es sehr viele Probleme bei einigen Menschen da draußen. Wir gehen mal ganz kurz in die Dokumente rein bei ETS. Dafür müssen wir ein bisschen was vorbereiten. Dafür gehen wir hier auf Dokumente, wählen Eurotrack Simulator aus und gehen dann auf die config.cfg. In der config.cfg suchen wir mal nach Multi. Und bei Multi kommst du dann irgendwann zu diesen Einstellungen hier. Und dort findest du Multimon Mode und den solltest du auf 2 stellen. Das ist dafür da, dass ETS kapiert, okay, wir haben irgendwas mit Triple Screen am Laufen und hallo Peng, du darfst dann gerne auf 3 Bildschirme gehen. Was ich persönlich auch noch gemacht habe, ist, dass ich die Resolution, hier unten findest du die, umgestellt habe auf die Resolution, die ich hätte, wenn ich 3 Bildschirme habe. Das heißt, wenn du 1080p hast, musst du natürlich 1920 mal 3 rechnen und dann einfach die Full HD mit eintragen. Und deine Refresh Rate von den Monitoren kannst du hier auch gleich mit eintragen. Und das Wichtigste ist, Fullscreen Mode auf 0. Das heißt, diese 3 Informationen, oder diese hier an der Stelle 4 und oben noch die dazu 5, solltest du umstellen, bevor du ETS startest. Und jetzt kommt aber der Fancy Part an der ganzen Sache, wo der ein oder andere so ein bisschen daran scheitert. Ich starte jetzt einfach mal Eurotrack Simulator. Und dann kannst du dir das mal kurz ansehen. Also Eurotrack Simulator startet bei mir in der Mitte auf dem Bildschirme. Und was erstmal alles fein ist, was alles schön ist, wir klicken uns jetzt hier mal durch. Und dann bist du so in deinem gängigen Menü hier drin. Und ich würde empfehlen, bevor du loslegst, einmal in die Option zu gehen. Dann gehst du in die Grafikeinstellung. Und hier siehst du, bei mir steht keine Auflösung drin, nichts. Aber jetzt passiert folgendes. Jetzt gehen wir in Simple Runtime Window Editor, sagen Select Running Application. Und dann gibt es hier eine Eurotracks 2.exe. Dasselbige funktioniert übrigens auch für American Truck Simulator. Damit kannst du das genauso machen. Und dann wählst du die hier auch aus. Und dann sagst du Recent Profile oder Load Profile. Und dann drückst du das einfach durch. So. Und jetzt hast du genau dieses Problem. Das Bild ist völlig verzogen. Sieht total scheiße aus. Und kein Mensch kann damit was anfangen. Dann kannst du hier super simpel einfach oben mal den Haken reinmachen für Fullscreen und sagst Anwenden. Und dann zieht sich das hier in die Mitte so sehr verzogen auf den Bildschirm. Und dann sagst du einfach Nein. Und jetzt passiert folgendes. ETS verschwindet und sieht so aus. Sehr, 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 sehr komisch. An der Stelle ist noch alles normal. Du gehst wieder zu Simple Runtime Window Editor und lädst das Profil nochmal. Und jetzt hast du ETS auf drei Bildschirmen. Also die beiden äußeren sind jetzt erstmal schwarz. Wir gehen mal kurz rein. Ich sag mal Spiel fortsetzen, damit du das kurz sehen kannst. In der Mitte wird geladen. Also achte mal hier unten auf die Kamera. Also hier unten. Da. Und dann bist du jetzt im Menü. Das können wir mal ganz kurz alles ignorieren hier, weil ich ein paar Geräte abgeballert habe. Und dann gehen wir auf Fahren. Dann lädt er nochmal. Und schwuppdiwupp. Es ist natürlich jetzt ein bisschen dunkel. Du kannst jetzt gerade sehen hier, die Bildschirme sind an. Also hier siehst du ja das Licht auf der Seite und auch hier. Es ist für den Triple Screen jetzt nicht unbedingt perfekt eingestellt. Also dass man sagt so, puh, das ist richtig schön, weil man sitzt sehr, sehr nah am Lenkrad dran. Was mich jetzt persönlich aber so nicht stört. Und was bei mir auf jeden Fall passiert, und da möchte ich dich drauf hinweisen, nicht, dass du irgendwie Panik kriegst. Manchmal funktioniert bei mir der rechte Spiegel nicht. Der ist einfach tot. Da kommt nichts an. Und so kriegst du bei ETS mit Simple Runtime Window Editor super simpel auch den ETS Triple Screen an. Ich mach das jetzt für dich extra nochmal deutlich. Es ist in ETS völlig normal, dass du zweimal den Simple Runtime Window Editor benutzen musst. Das heißt einmal, dass das Bild einfach super breitgezogen aussieht, um dann den Full Screen anzumachen, den zu bestätigen, dann aber auf Nein zu drücken, dass er es nicht durchmachen soll, um dann nochmal in den Simple Runtime Window Editor zu gehen. Übrigens tolles Trinkspiel, wenn du hier angekommen bist. Ich hoffe, du hast keinen getrunken jedes Mal, wenn ich das gesagt habe. Um dann halt nochmal den Simple Runtime Window Editor zu laden, das Profil und das durchzudrücken. Und dann hast du es auf allen drei Bildschirmen. Und das funktioniert bei nahezu allen Applikationen, die ein Window Borderless Full Screen dir geben. Kannst du das auf drei Bildschirme ziehen. Es ist dann nicht wie in der SIM, also wie in ACC oder wie jetzt beispielsweise in iRacing, aber es funktioniert trotzdem super und du musst iFinity nicht benutzen und Nvidia Surround. Das sind bei mir leider zwei Applikationen, mit denen ich in der Vergangenheit sehr viele Probleme hatte. Ich weiß, dass es da draußen einige gibt. Für die läuft das wunderbar und total töfte. Das freut mich wirklich sehr für euch. Für mich gab es dabei immer Probleme. Und ich mag auch liebend gerne eine Taskleiste nur auf einem Bildschirm haben und kann meine Bildschirme alle so separat benutzen als Einzelne. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Wenn du noch eine Frage haben solltest, schreibst du einfach unten in die Kommentare rein und ich werde dir versuchen zu helfen. Was du in der Videobeschreibung findest, ganz wichtig, A, mein Profil, was du dir angucken kannst für 1440p. B, findest du den Link zu Dan Suzuki, sein Video. Das ist übrigens in Englisch, möchte ich extra nochmal darauf hinweisen, wo du aber in der Videobeschreibung den Link findest zu den anderen Profilen, die dort da sind. Und ich möchte sie extra nicht stibitzen und die hier so reintun unten und so tun, als wenn es mein Eigentum wäre. Nein, da gehst du schön darüber und holst dir das von da, weil dann kriegst du nämlich dennoch noch ein View. Zu Recht auch und dann klatschst du auch noch ein Däumchen drauf. Das wäre super. Und dann findest du auch unten noch den Download-Link für Simple Runtime Window Editor. Ich hoffe, das funktioniert für dich und du kannst deinen Triple Screen oder deine Triple Screen Experience ein bisschen besser gestalten, indem du nicht Nvidia Surround oder AMD Infinity benutzen musst. I-Finity, Entschuldigung. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du reingeguckt hast. Und dann würde ich mich über einen Daumen freuen, dann würde ich mich über ein Abo freuen und ich würde mich auch über einen Kommentar freuen. Haust rein. Bis dann. Tschüssi, Kowski. Tschüssi. 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 Tschüssi.